Voraufnahme 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 Die wunderschöne Voraufnahme Valki Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video Und wir spielen heute Skript.io mit den zwei komischen Leuten Phoenix und Skaten Hallo und herzlich willkommen Hallöchen Boah, wir müssen das nochmal machen Ich hab grad voll nicht in die Kamera geguckt Ich hab's so weggeguckt Nice Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video Und schön, dass ihr wieder mit am Start seid Mit dabei ist Phoenix und Kati Und wir spielen Skrippel Hallo, wir sind am Start sein Ah ja Wusch, in die Runde So Leute, wir nehmen jetzt eins von dem Lol, Spoiler Oh, Spoiler Wir nehmen das So Kati ist ne, 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 ne Ne Freundin, die noch nicht auf meinem Kanal war Also, seid lieb zu Kati Ich tu wieder so, als ob ihr kommentieren würdet Du hast Kommentare Äh, Luna Ich hab's doch nicht mal ausgeschrieben Wie schnell konntet ihr das erraten? Unfair Nö, nö, nö Guck mal, Bross an, Alter Was? Äh Äh, Leute, vielleicht mach ich da ein Zweiteil daraus Aus dem, aus der Geschichte hier Weil zehn Runden echt viel sind Äh, äh Wenn's euch gefällt, lassen da oben da Bitte Yoshi! Oh, klicks Das ist so Schicksal Uh, uh Ich hab heute irgendwie Anfälle, Leute Sorry Alter Ist das wieder ohne? I see no difference Ähm Das ist Kati Wenn ihr euch Oder das ist Luna Das ist Luna Was? Kati? Schaut euch mal das Gesicht an Was ist das? Das sieht aus wie Poopy Oder wie das Ding heißt Von diesem German Let's Play Ich guck dir nicht Loi, ii, ii Das sieht aus wie ein Gesicht Hm Er hat nun eigentlich nicht mein Testtor die ganze Zeit eingehnt Äh Äh Hü- 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 Ist das, das, was Nied ist Nied ist Wow Hättest du auch mich malen können Hallo Als ob wir schon acht Minuten aufnehmen Deine Ansage achtmal verkackt hast So So Hü- 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 Kaka! Kaka! Das müssen wir, glaube ich, zensieren. Nein, ich habe keine Penis in der Aufnahme. Ach, bin ich doof. Doch, 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 das brauchen wir nicht. Ich habe keinen E in der Aufnahme. Honigbiene? Ja, Fickbiene. Was soll das sein? Was soll das sein? Easy. Oh mein Gott, hä? Was? Bienenstache intus. Ach so. Bienenwunde Stache. Stache Bienenwunde. Ich weiß es nicht. Leute, helft mir. Was macht die Biene denn? Gebt's in die Kommentare. Bienenstich. Leute, war es so? So jetzt mal ehrlich. War es schwer oder ist Explochen dumm? Ich bin dumm. Die Leute sollen es in die Kommentare schreiben. Ich bin dumm. Alter, ist das wie ein Zylinder? Nein. Hier sind Apps. Irgendwie Facebook. Facebook. Das ist Facebook und sowas. Das ist ein Handy. Handy, ja. Wenn ihr es nicht gecheckt habt. Das ist wie ein Laptop, Junge. Das hat hier so ein Ding, wo man das reinstecken kann. Da kommt hier sowas. Das geht nicht. Ich hab mich verschrieben. Hä? Äh. Ich bin so los. Äh. Und das, und das, das, das geht. Steckdosis, hä? Steckdosis. Ich brauche jetzt mal meine Steckdosis. Es geht um dieses Gerät da. Und ich hab das sogar gesagt. Gerät. Oh Gott. Ich kann nicht schreiben. Ich hab schon wieder Gerät gesagt. Ich bin so dumm. Wow. Habt ihr gerade gehört, wie das ging? Tululululul. Meine Zuschauer, flamig. Jetzt wollte ich nicht schreiben, dann. Ich bin anderthalb blöd. Vote Kick für Kati. Wow. Wenn ich jetzt auch vote kicke, ist die raus wegen dir. Wow, aber du hast ja auch drauf gedrückt. Nee. Ich hab dazu gereizt. Gib mal vote, äh. Gib mal Kick ein im Chat. Mach ich bei dir. Das ist Phoenix. Ich glaub das ist Phoenix. Pff. Das ist eine gute Katze. Phoenix, bist du es? Ja. Warum hat die Hausfrau... Ich weiß es nicht. Phoenix, du bist es. Dann ist sie... Nein, wieso mal liegt das schwarz? Weil du lust bist. Man, ihr müsst auch auf die Farbe achten. WTF, ist das mit der Katze los? Was? Wie schreibt man den? Weißt du was ich meine, oder? Ist das ein Fuchs oder... Oh nein. Swiper, nicht Clown. Wie schreibt man den denn? Dann... Felix, der Kater. Ahnung. Mann, der mag keine Lassagne und keine Mo... Äh, Lassagne und kein Magen im Mond. Achso, wie heißt der? Garfield, achso. Gott, mit ihm... Oh Gott, bin ich Lust. Was hat das so ein Geräusch? Äh, ja, tut mir leid, wir exploren. Der hat ein bisschen Crack genommen, deswegen ist das komisch. Kaputt machen! Ich glaube, ich schneide exploren einfach aus der Folge raus. Hahaha. Alle Texte, die ich gesagt habe. Alles. Mach das... Mach das los, mach... Ich will es sehen. Es gibt eine normale Folge... Und eine, wo Explochen weg ist. Für die Zunge hat die Explochen nicht leiden können. Ah. Achso, stimmt, ihr müsst ihr euch das erraten. Ich bin so komplett weg. Jungen, das ist schlecht. Äh... Was mal ich denn hier, Alter? Du meinst das? Scheiße, ich werde schon wieder gekickt. Im Zohnfisch. Greta, bist du es? Ach, lol! Ich bin lost. Ich hab... ich hab mich verlesen. Das ist nicht dein Ernst. Lass mal Daumen runter. Oh Gott, Leute, es tut mir leid. Krakenfisch? Ja, ist das Ding. Ja, ist das Ding. Oh, lol! Das... Hast du... Ich hab Thunfisch gelesen! Wow! Oh, lol! Der Thunfisch war gut, oder? Thunfisch? Der Thunfisch war gut, oder? Ich hab's ja dann erraten können, aber... Oh, lol! Es tut mir leid. Es soll ne Flasche da stehen, das ist hier unten. Was? Und so? Wenn du ne Flasche machen willst, dann mach einfach dich! Hahaha! Und da kommt dann so... Und dann ist da... Warum ist in der Flasche ein Stopp? Wow! Wow, ich wollt grad noch ne Feuerwehr-Explosion machen! Ähm... Explotschen! Ich werd das übrigens so reinmachen, ne? Also... Wenn ich sage, heute mit... Explotchen, dann komm... Dein... Dein... Dein Remix... Ah... Ah, das Eier! Explotchen... Dein Remix... Jo... Ich... Leute! By the way... Ich hab hier sowas schön... Wie heißt das? Hier schöne Augen... Weil ich... Weil ich am Todlachen bin... Wie nennt man das? Sehr gut! Sehr... Thunfisch! Ich... Ich kann nicht überlegen! Äh... Squid... Äh... Squid, genau! Siehst du's nicht? Das ist ein Hammerhai, Alter! Hahaha! Ich weiß nicht, wie's eigentlich... Rief jetzt! Okay! Ich hab an Fisch die ganze Zeit gedacht! Ah... 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 Oh Gott! Das wird wieder ein Akt, Alter! Es tut mir jetzt schon leid! Hahaha! Ich hab einen Daumen nach oben! Ich hab schon nicht so... Ich hab schon nicht so... Aggressionen drin... In mir drin... In... drin... 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 Kannst du einmal für ne Folge normal sein? Bitte! Hahaha! Ich und normal sein! Was soll das sein? Glastür, oder was? Hab doch mal Fantasie! Ich hab's jetzt eigentlich rangesoomt! Egal! Wieso meinst du ein höherer Pimmel dran? Oh... Nein! Das ist ein Pixelfehler! Ach... Als ob du das nie gesagt hast! Also, dass es ein Pixelfehler ist! Pixelfehler... Ach... Hahahaha! Dann zieht das er noch! Ja... Guck... Die da! Wie sein... Wie sein TikTok da runterhängt! Und er so lächelt! Jaaa! 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 Zwei Millimeter! Ähm... Scheiße! Ich hab auch den Ding gemacht! Scheiße! So, warte! Ich hab auch... Nein! 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 Du gestorben! Stopp! Vier! 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 Ich bin so los! Lose! Weil ich hab Raum und nicht Baum geschrieben! Toll! Diese Dinger sind in Büchern drin! Zum Beispiel! Buch! 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 Ab... Weil... Das ist überall! Wenn du irgendwelche Sachen sagst, was sagst du denn da? Ab... Buchstaben! Hä? Wörter! Los! 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 Oh Gott! Also Leute, wenn die Folge nicht kommt, dann könntest du uns Flogen verdanken! Ich hecks nicht! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh... Oh... Leute! Noch mal mitten in der Folge ansprechen! Ihr könnt gerne zu Kati gehen und sie abonnieren! Weil... Ja man! Dieses Jahr ist es, Kati auf 30 Abonnenten zu kriegen! Ohne Video! Also wenn ihr... Wenn ihr... Ehren... Brüder und... Schwestern seid, dann geht mal zu Kati und lasst dir ein Abo da! Und Ehren ist es! Und äh... Explochen ist auch ganz okay! Wow! Und Explochen ist auch ganz okay! Wow! Danke für nix! Jahrhundert! Ja wenn ihr nicht...